...24 aufnehmen, richtig? Ja. Bitte? Ja. Sie sind Herr Heidron Halbieter, wohnen in Weim. Wann sind Sie geboren? Am 16.01.78. Dann lasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen. Sie erhalten von uns Dienstag zum Freitag 28 Tipps die Woche für die Euro-Millions. Und gleichzeitig erhöhen wir Ihre Gewinnschancen nach dem Jackpot, indem Sie zusätzlich Dienstag zum Freitag mit 30 Tipps die Woche dann Euro-Jackots über den Kuhnclub teilnehmen. Die Laufzeit beträgt drei Monate. Zum Ende reicht ein kurzer schrittlicher Hinweis. Ihr monatlicher Beitrag beträgt 69 Euro und wird einfach zum Bundeskörner-Schrittverfahren mit Ihrem Konto beglichen. Herr Halbieter, Sie arbeiten immer noch mit der Sprache für Köln-Bonn. Dann haben wir bitte von Ihrer Seite aus Ihre Übernummer mit den beiden Buchstaben davor. Also nochmal, okay. Die Übernummer nochmal, ja, danke. Die E75. Ich habe Sie klinisch hören können. Auch die beiden Buchstaben davor, bitte. Die E7534777. Danke. Kontenarber sind Sie. Ja, genau. Dürfen wir Sie weiterhin im Rahmen unserer Tätigkeit kontaktieren, ob wir Sie anrufen dürfen, Herr Halbieter, ja oder nein? Nein. Okay, wir grüßen Sie dran. Inklusive AGB-Sahlen, Sie schrecklich innerhalb der nächsten Werksamen. Wenn Sie weitere Fragen haben, bedanke ich Ihnen für das Gespräch. Wir enden auch so weit die Augen haben und wünschen alles Gute. Auf Wiederhören, Herr Halbieter. Ja, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Ja. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wo findet denn die AGB? Ich bin da. Ja, wo finde ich? Ja, ich bin auch da. Hallo, hallo, ich bin auch da. Wo finde ich denn? Aber kommen Sie bitte am Apparat her, Herr Halbieter. Machen Sie mir bitte einen Gefallen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt am Apparat sind oder ob Sie einen Lautsprecher aufhaben. Nein, ich höre Sie und Sie müssten eigentlich mich auch hören. Hallo. Ja, Sie müssten mich doch hören. Hallo. Ich versuche Sie zu hören. Ja. Ich bin am Apparat. Hallo, hallo, hallo. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja? So. Wo finde ich denn die AGB? Also erstens bekommen Sie die Unterlagen. Nicht, dass ich es vergesse. Das muss ich nämlich auch sagen.